hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom LS22 aus der Nordfrisch Marschierfachprojekt einen wunderschönen Mittagentritt. In der letzten Folge sind wir beim Ansehen stehen geblieben der ist fertig geworden in der letzten Folge und dann haben wir da noch geschaut wegen Honig, da ist jetzt auch die erste Palette voll. Dann schauen wir mal was wir heute so zu machen haben und übrigens haben wir wieder ein paar neue Mods mit drin, jetzt muss ich aber schauen wo die seien alle. Ah das ist eigentlich noch ein paar, in Ordnung. Zum Beispiel, dann so. Da, den haben wir drin. Boah, schaut schon geil aus. Ah, jetzt auf die Ah, jetzt zu gehen. Okay. Ah, das ist schon geil. Okay. Ich habe es noch geil aus. Gut, wir gehen jetzt noch mal. Okay, wir gehen jetzt noch. Okay, wir gehen jetzt noch raus. alle hinten und von einer PS geschmackige 100 Utens aus ja aber sowas meine ich, das bockt schon wieder da haben wir nix, was haben wir da, irgendwo haben wir noch was ah genau da, ein paar Anbaugeräte, mit langen Gabeln und so ah, das hab ich so, genau, das Dings, wenn wir auf tun ja, was ist das für Radler, ach so, das Radler, schon ja genau sowas eben, und jetzt schauen wir mal, was wir so zu machen haben gehen wir mal schnell da oben zum Herrn Kollegen ah genau, jetzt hab ich Speedplayer wieder vergessen ach 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 so, kann man überhaupt ein Hochdruck reinigen Herr Kollege, Herr Kollege das ist ja nix, du ohne ein Hochdruck reinigen ah da sieht man eh, was ich alles für eine Mods hab wenn ihr wollt, kann ich das euch in die Infobox backen, dann könnt ihr hier die einzelnen Mods überladen ah, tut mir leid, wenn man schwach will ah, ja, jetzt wollen wir mal schauen da na, da haben wir eh schon ich sieg halt nix, das ist ein Hochdruck ich sieg halt nix, das ist ein Hochdruck ah da ist er jetzt hat es kurz gelegt hm wo stellen wir den denn hin hm 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 wo stellen wir den denn hin und wir stellen ein Foto hin so, passt jo, schreibt es gerne mal in die Kommentare wie euch die letzten zwei Folgen gefallen haben von dem Projekt und jo dann schauen wir mal was wir so alles zu machen haben stregeln müssen wir auch noch gehen aber das müssen wir jetzt als Grafen gehen so, fahren wir mal und wenn ihr noch coole Mods habt könnt ihr euch die auch gerne empfehlen dann schauen wir die an und dann lad ich sie rüber dann bring ich sie einmal mit so so wir müssen jetzt gewicht forschen so so Gute Hatzöl, äh, Hochdruckreiniger. Gute Hatzöl, äh, Hochdruckreiniger. Soll ich mit denen? Nein, schau jetzt haben wir was, ein Striegel oder ein Düngestreuer kostet. So, schauen wir mal. Hm, gebrauchte Maschinen, kommen wir nix do. So, der Tag dabei ist, kann. Äh, Düngestreuer. Verlattet was für viele Kategorien da? So, findet man nix do schnell was. Ähm, wo ist denn das jetzt? Ah, der kann aber nur Dünger fahren. 45k. Ah, das ist gut, der Gute. Ah, das ist gut. 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 Ah, da hinten. Wie war es? So. Dann bauen wir jetzt noch was an Striegel, haben wir gesagt, haha, opa, das ist nicht aus, ist das ein Striegel, schaut mal da noch aus, Grünlandpflege, also, das hat auch nicht viel, ach du, nein, das ist mein Style, wenn man lacht, was ist denn das, was ist das ein Striegel, oh Mann, Wiesenwalzen und Striegelbänden für Ertragssteigerung, ja, ne, da ist das ein Striegel, die hat 6,3, ok, ich glaub dann, dann werden wir uns aber die ICK noch gönnen, so, ich glaub dann fahren wir mal mit dem Comic, da ein geiles Gerät holen, der Gerät, oh, dann holen wir uns aber das Werkzeug, na, du, wir müssen zuerst einmal, jetzt holen wir doch, wir können wegkramen, da, und so, ich glaube, ich kann, Da springen wir den Dorf her. So, dann holen wir uns an unser Werkzeug. Ich bin gespannt wie das ganze funktioniert, unsere neue Errungenschaft. Bleibt nochmal gerne in die Kommentare wie es auch so heiß ist, wenn wir jetzt über 30 Grad kommen. So. Zuerst düngen oder strügeln? Überzogen strügeln. Ja, Girit. Hey. Hey. Shut up, okay. Ah. Oh, okay. Ah, das wird jetzt nicht. Ah, das wird jetzt nicht. Ah, das wird jetzt nicht. Ah. Der Hydraulik ist noch nicht hinter dem Akufin, ja. So. So. Aber wie das funktioniert, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es wird euch folgende Video. Dann darfst du gerne abonnt und ein like. Deu Schatz ist in der nächsten Folge wieder vorbei. Bis dann. Du schluckst, tschau, tschau, tschau.